Der hat nur... 20 habe ich ihn gegeben. Der fängt an zu defusen. Nein, gar nicht. Doch, fängt an zu defusen. Oh, sorry. Loll, sorry, Loll. Ich darf was jetzt im 4. Hallo, meine lieben Abonnenten. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Counter-Strike Go. Wir sind wieder dieselben Leute wie immer. Der Alcatraz, der Caldras, der Golden Key und der Yannick. Hallo. Äh, meine Tastattoo ist kaputt. Ich lau' von alleine. Ey, das war das eben, Alter. Ich bin von alleine und nach rechts gelaufen. Hallo. Ein Fabri. Den hol ich noch. Fuck. Oh, der Messer hat der mich, Alter. Was für ein Arschloch. Was? Bixer, Alter. Da ist einer. Wo ist der Pisser? Der ist, Alter. Ja, hat dabei Glück gehabt. Der hat sich den auch voll Arsch aufgerissen, Mann. Selbstmord. Oh. Wie du gestorben bist, ja nicht. Mir in die Arme gefallen. Ne, kommt der. Naja, hättest du mich ja nicht. Ey, doch, hör, komm. Boah, Alter, ich wurde auch gemessert. Alter, hab ich, boah, ich wurde gemessert. Welcher Luf hat da eigentlich die Augen-Slimer gekauft? Das war ja von denen, ne? What? Ja. Haha, null. Letzten Schuss noch. Ich hab meine Waffe weggeschmissen. Erstrunde, A-Split. Die drei, die hier rechts stehen, also ich, Alka und Christian, gehen rechts und die links stehen, gehen oben. Kauft denen eine andere Fistole, Fist, das dauert zu lange. Go, go, go. Leads. Das hat auch zu lange gedauert. Links, links hoch, links. Und go, gleich, go, 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 go. Die oben links lenken so ab, dass die die Töte... Wir lenken so ab, dass die oben links töten. Bitte, Yannick. Oh, CT. Plente. Ich hab den Sprung verkackt. Plente. Eine Action, aufpassen, wer ist das da oben? Fiesi, Action, guck. CT, einer. Stairs, Stairs, komm. Nice. Ah, hinter mir. Wo, hinter dir? Hinter, äh, oben auf der Kiste. CT. What? CT. Äh, wo ist der Fiesi jetzt hergestorben? Ich dachte hinter ihm, ich dachte, oben. Nein, der hat durch die Smoke durchgeschossen. Okay. Äh, MPB. Oh, ich hab mir voll ins Gesicht gedrückt, alter. Ja. Yannick hat schon wieder Kills gemacht für drei Runden. Hm. Ja, jetzt die nächsten drei Runden kommen auch nichts. Kannst du wissen. Oh, irgendwie. Ich hole uns immer die Echos. Ein Houndspot! Küche! Kitchen, Kitchen! Ich komm nicht weg! Yo! Holt hinten meine P90-Flichter. Kitchen! Wo ist da? Am Auto. Am Auto? Abhappen. Kurz. Warte, kurz. Okay. Kurz, ist einer. Kurz, ist beide. Ja. Jetzt soll ich wiesen sie P90. Wo ist sie? Er hat sie, ich hab sie. Der letzte ist jetzt seine Büsse. Ach, den hatte ich nicht. Doch, doch. Geht vor, geht vor. Was soll der denn? Was soll der denn? Ja nix, aber der hätte mich wegwunden können. Nein, nix! Ich dachte schon, ey. Wir haben alle kein... Ne, Physik auf MP. Wir machen unten alle komplett. Ne, oben alle komplett. Oben kann mir letztes Mal einer Panik entgegen werden. Ja, okay. Wenn oben eine G kommt, kommen ihnen vier Leute entgegen. Oder fünf, wenn Christian mal dazukommt. Ich bin dabei. Der ist schon. Go, go, go! Nicht stehen bleiben. Der ist komplett entgegen. Und Smokes benutzen. Ist bisschen weit geflogen. Nice. Haben die Waffen? Ja. Okay, dann handen. Falls sie nicht kommen. Wir warten noch ein paar Sekunden. Einer kommt... Einer hat eine Schrotflinte. Einer hat eine Schrotflinte. Hier kommt einer. Wo ist der? Ich habe nur die Decoy. So. E90 hatte der. Ey, einer ist Onspot! Leute! Ne, könnt ihr behalten. Das ist ein Farbgun. Ich bin gerade ernsthaft an dem vorbeigelaufen. Ich? An euch allgemein vorbei. Ne, ich bin Richtung Connector gestiegen. Ja, ja. Aber der kam über Stairs. Ja, der ist ja gerade runtergesprungen. Ja, der ist ja gerade runtergesprungen. Dann sterbt er. Nein, hier gibt es halt so viel Versteck mit mir. Ich glaube, der war auf B. Der war auf A. Okay. Dann haben wir noch MPs. Äh, ja. Wollen wir B waschen? Klar. So lange wir MPs haben, wird nichts anderes mehr gemacht. Wir haben eben... Wir haben eben MPs gekauft nach drei Runden. Let's go! Let's go! Und up! Gun! Wir sind immer noch 0, 0, 0. So 0. Ich seh ja keinen. Full flash, neuf flash! Jan macht doch alles tot. Pushen! Pushen! Er ist low! Danke! Ich bin low! Kitschen! Smoke den weg! Smoke den Physi! Komm raus! Noch einer! ABP! Kitschen! Pass oben auf! Komm! Tino! Kurz zu da oben! Bei dem! Ja! Down! Noch einer bei mir! Ich bin tot! Nein, nein! Ne! Kurz! Ich bin tot! Da steppt Janik die ganze Zeit, keine Ahnung. Janik steppt! Ihm wild geworden da. Dave wahrscheinlich die Arbe, oder? Los! Handen! Ha! Ich hab M4! Halt die Schnauze, du Arsch! Du musst immer noch mit der P7 rumlaufen! Kann ich auch schnell erlösen. Ich geh nochmal überstehen, weil ich könnte mich auch erlösen. Da oben! Oben! Nice! Ich hatte nur noch 12 Schuss in dem Scheißding. Mann, Alka darf sich ne Waffe kaufen. Wollen wir in der Mitte kurz örschen? Alka, wie hast du eigentlich den einen Punkt bekommen, bitte? Äh, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Einer von denen ist schon raus. Ja, disconnected. Komm, Mitte, Mitte, Mitte! Wir waschen Mitte. Die haben eben gekauft, die können sich eigentlich nichts leisten. Wir waschen kurz. Guckt mal, jetzt seht ihr uns. Ihr kurz, ich geh... Ah ne, es wird wieder bei. Er hat seine Hände angemacht. Einer hinten, Mauer, einer hinten, Mauer! Oh, einer ist hinten am Auto! Hinterm Auto steht der, mit Schrotze. Oh, ich höre mich nicht so. Äh, Vizi, du hast die Bombe mit dem Plaster. Oh! 12 AP! Oh, Alter! Der eine hat übrigens nur seine Hacks angemacht. Der ist wieder da. Ja. Na? Oben! Aus, aus! Seh ich die Bombe von hier nicht? Der hat nur... Ich... 20 hab ich ihn gegeben. Der fängt an zu defusen. Nein, gar nicht! Doch, fängt an zu defusen! Oh, sorry! Noll! Sorry, Leute! Ja, ich darf was jetzt M4. Scheiß! P90, wie heißt die? MP7. Wie viel Dämp... Oh! 7 Hits geb ich denen! Oh! Das ist aber auch irgendwie neuer Trend, dass man da immer durchzieht. Also... Das sind Sachen, die verstehe ich nicht. Äh, ja, wir bauen's mal vor A auf. Okay. Ich smoke CT, sobald's losgeht. Anik, leise! Hörte dich im Holz. Steps hier, auf A. Mitte, mit! Mitte Push, glaub ich! Ja, der guckt nach hinten! Kann los, oder was? Ne, 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 ne! Warte, warte! Was, Janik? Ich guck vor. Was, Janik? Was, Janik? Ich guck vor. Muss den Holz holen, ja? Ich versuch treppen. Es wird zu, Janik? Bist du da? Bist du da? Bist du schon, Janik? Hallo, Janik? Okay. Pick die Bombe wieder? Pick die Bombe wieder? Ja. Okay. Pick die Bombe wieder? Pick die Bombe wieder? Ja. Smok! Treppe seh ich nix. Halt seh ich auf nix. Treppe! Down! Nice. ABP, CT. CT ist zugesmoket. Ne, Jungle, Jungle! Das war scheiße! Der war hinter der Smoke! Der war hinter der Smoke! Einer Treppe! Er ist wieder hinter der Smoke da! Er ist wieder hinter der Smoke da! Ja, hinter der Treppe, hinter der Smoke! Oh, Treppe, Awe! Wieso guckt der mich denn an? Hotspot! Oh, lol! Verziehe ich voll! 66 und 2! Das war schlecht! Ich hab den Kai mal getroffen, Alter! Wir müssen schnell auf den Spot draufgehen, damit... Ja, das ist viel zu lange dauert! Ich mag das lange warten sowieso nicht! Wollen wir B pushen? Wollen wir B pushen? Ja! Ich kann nix! Ihr dürft uns nicht direkt verstecken, wenn einer die Bombe legt, Alter! Gubel, Gubel! Gubel, Gubel! Das war mein erstes Eck tot! Hörnse aus! Nix! Puschen, pushen, Puschen! Janik, zieh durch! Nice! Ringe, Arsch, Arsch, Gubel! Ich lieg in der Mitte! Oh, Kitchen! Ihr müsst dich decken! Danke! Ich geh kurz! Gibt's noch einer? Oben kommt einer! Alka! Ja. Ich hab Kitchen. Normaler Ausgang. Oben ist ein Klopfer. Alter, ist 50 in 3 oben. Der kommt aber nicht. Doch, jetzt kommt der. Kitchen ist zurückgegangen. Der kommt da oben. Okay, danke. Ich bin zu doof. Boah, ich schicke irgendwie diese Runde nix. Alter, saved. Oder auch. Der hat gehofft, dass Kitchen einer los hat. Er hat nicht gesaved. Ich hab AWP. So ins Gesicht gedrückt, Alter. Jemanden AWP? Wer will? Mir selber. Er gibt her. Schädelfraktur. Äh. Äh. Oh, die schicken sich wieder. B, 3B und einer kommt mit mir. Ich komme. Warte, warte, Alka, bis ich in Position bin. Und jump. Danke, Alka. Aua, du hast mich noch dick. Ja, sorry. Mein Aim ist irgendwie. So. Kurz kommt. Go, go, go. Wir sind kurz. Nee, da auch. Ihr seid nicht kurz. Kurz ist da. Toll. Kurz guckt mich zu euch. Kurz down. Down. Lenten, wenns geht. Weiß nicht, ob hier noch alles ist. Seh grad nix. Ah. I'm flowing smoke. Bar has been cleared. Kitchen, glaub ich. Ich deck oben. Und ich bin in Kitchen drin. Smoke. Habt ihr mich jetzt zugesmoggt? Ja, ich. Du recht. Ist nicht schlimm. What? Der will sich meine Waffe holen, glaub ich. Er steppt da aufm Holz rum. Oh, ja. Okay. Alles cool. Ich kaufe euch was. Warte, ich kaufe ne AK. Weil ich hab 16.000. Sonst krieg ich kein Geld mehr. Ich kann auch. Oh, okay. Hier, Janik. Achso, ja. Nein, siehst du dir auch noch 16.000. Janik, darauf musst du achten. Weil dann kriegst du sonst verschenkt ne Geld, weißt? Let's go, my brothers. 1,1,5, ey. Ja, das war's. Ja, das war's, ne? Ja, das war's, ne? Ja, das war's, ne? Ja, das war's, ne? Junge. Genau, Alka, spielst du mit? Ich spiel mit, ja, spiel mit. Alka, musst du so sein, das sind 115. Loll, der hat den Bot gekillt. Was will er gekickt werden, wa? Putzläscher. Äh, der hat mir noch Hatter gegeben in der Mitte. Ich bin low. Planter. So. Oh, man has been planted. Smoke! Pitchen hab ich komplett. Ich hab Haus. Ich hab kurz. Ich guck, wo dann einer stirbt. Einer hat den Döner. Ja. Mach ihn nicht schöner. Bitte, bitte, bitte. Er messert mich in die Ruhe gezogen. Vom Bot gemessert, juhu. Ey, der bottert an. Du Wichser, ey. Letzter Sitter-Zettel. Zeig dir, wir haben ihn gar nicht gewählt. Oh nein, die können jetzt aufgeben. Er hat sich unten nur auf 2. Nein, er dreht sich oben. Ja, die werden aufgeben. Terrorists win. Naja. Ich wurde wieder hoch gerankt. Ich wurde wieder hoch gerankt. Bam! Ich auch. Nee, ich nicht. Du wurdest zu mir wieder hoch gerankt. Nein, das ist ja geil. Weil ich zu geil bin, Alter. Wir haben mitleid. Wir haben mitleid. Alles klar, Leute. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Counter Strike Go. Hau rein. Töö. 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 Tööö. Tööö. Töööö.